Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem Wetterkampf hier bei Pokémon Techniques auf Nintendo Switch mit mir von der YouTube Let's Base als Hobby. Zumindest auf der Suri, hier im Honorar Match. Und da haben wir auch schon einen. Sehr schön, wen dürfen wir begrüßen? Das ist aus Gruppe B5, der ist... Peace. Nicht Skies, oder? Zwei? Aus Amerika? Mit Lucario. Wird dementsprechend auch nicht einfacher. Eher schwere. So, in der Zeit, wo man den wunderbaren Tutok hier sieht und die Zeit abläuft, könnt ihr schon mal einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo drücken. Und dann geht's gleich weiter, wenn ihr das geschafft habt. Schwierig, ich weiß. Aber gut. Oh, okay. Hey, sehr gut. 1-0. Gut, das ist so schnell. War denn verkehrt? So schnell hatten wir auch noch keinen Punkt gekriegt. Nein. Nein. Jetzt aber, hm? Kann ehrlich sein. Okay, komm her. Hab ich dich? Wird knapp. Wird knapp. Oh, shit. Na gut, okay. 1-1. Oh, shit. Gibt's auch nicht. Dieser Locario, ey. Oh, shit. ach shit okay hätte ich eigentlich gewinnen können also hätte ich gewinnen können aber war leider nix die erste runde ist sehr sehr gut gelaufen die zweite war schon wieder aber jetzt hier der dritte haben wir eigentlich ganz gut verloren na gut okay danke fürs zuschalten wie gesagt vergesst kein daumen hoch und abo und dann sehen wir uns beim nächsten kampf wieder hoffe ich doch hierzu bei pokémon technics auf den tenden switch mit mir von der youtube let's play als hobby bis dann tschüss